Da ist der Faden, da oben rum geschlängelt, da drunter durch, und drunter durch, über die Nadelstange, herunter, durch diese beiden Dinger da durch, sieht schon gar nicht so blöd aus, in die Nadel. Und wie das dann ausschaut, dann könnt ihr auch gleich mal die Schiffchen Schlaufenbildung sehen, hier mal runter, die Nadel geht runter, und vielleicht kann man es ein bisschen bewegen, da unten sieht man die Schlaufe, können Sie sehen, da, und dann kommt das Schiffchen, zieht es durch, nimmt den zweiten Faden mit, die Schlaufe bildet sich, geht nach oben, ein paar Schritten raus, und das ganze Spiechen geht von vorne los, es ist ja, na gut, das muss vielleicht mal alles poliert werden, das ganze Zeugs, aber davon mal abgesehen, und wenn wir jetzt mal ein paar Stiche nehmen, ein bisschen Kant, ja natürlich gleich erstmal ein bisschen Lapperleder da drüber gelegt, Ich finde diesen Fußhochsteller so genial, und ich muss ganz ehrlich sagen, für den Anfang, Oberseite, Unterseite, die sieht ja wohl perfekt aus, hier unterseite, gar nicht mal so blöd von Anfang, also ich vermute mal, das stimmt eigentlich, so echt gut, okay, gut, ciao!